Hallo Leute, willkommen zurück zu WePlay Oldschool, ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA Online Tipps & Tricks. Ich zeige euch heute, wie ihr die Yacht aus dem Story-Modus, wo ihr Michaels Tochter Tracy befreien müsst, vor den Pornoproduzenten, den Pornoproduzenten da gehört, wie ihr die auch im Online-Modus finden könnt, wie ihr da hinkommt, könnt ihr euch schon mal angucken. Die Yacht wird auch in den Überfall-Missionen, bei den Banküberfällen, bei dem Überfall-DLC mit dabei sein, was ja irgendwann wahrscheinlich im März dann rauskommen soll. Jedenfalls, das ist eine Mission von Carlos CO-DHD, ich stehe hier schon davor, das ist ein Capture, er braucht mindestens zwei Spieler, um die zu starten. Den Link dazu haue ich euch in die Videobeschreibung, gibt es zur Zeit für PS4 und Xbox One. Wenn ihr die nicht gleich findet, dann macht ihr folgendes, dann geht ihr oben auf, im Social Club oben rechts, auf die Konsolen-Version, also wo PS3, PS4 und so weiter steht, klickt da mal drauf und dann müsste PS4 kommen und Xbox One kommen, dann würdet ihr, solltet ihr schon die Mission dann sehen, also falls ihr euch nicht sofort angezeigt wird. Jedenfalls, wenn ihr die hinzugefügt habt im Social Club, dann startet ihr GTA neu, also falls ihr noch in GTA seid, wenn nicht, dann geht ihr einfach in den Online-Modus, geht dann auf Startjob hosten, auf markiert, dann auf Capture und dann seht ihr ja schon, ich habe schon mehrere Missionen von Carlos CO-DHD hinzugefügt. Einmal hatte ich ja das Wahl-Match, das Capture, wo ihr die Wale sehen könnt, ihr Attack der Labalenas und dann hat er jetzt das Match hier neu gemacht, das Capture, wo die Yacht drin ist, ja. Also ich starte das mal eben, ne Moment, ich habe ja eine Einladung von Dizzy bekommen, der ist gerade im Capture schon drinnen. So, Dizzy Nightshow Capture, so. Den werde ich jetzt mal joinen. Ja, und Carlos CO-DHD, der macht halt ziemlich viele coole Missionen, also das ist, soweit ich das mitbekommen habe, das ist ein Modder und von dem gibt es auch noch, könnt ihr mal selber schauen, im Social Club die Missionen durchblättern. Der hat auch eine Mission, da gibt es ein chromfarbenes Cargo-Plane, einen chromfarbenen, was weiß der, chromfarbenen Monster Truck, Deliberator zum Beispiel, solche Sachen, solche Geschichten mit seltenen Fahrzeugen, ist halt ziemlich nice. Ja, das ist hier die, die heißt Yacht oder Yate, keine Ahnung. Wenn ihr die startet, dann findet ihr die Yacht vor der Küste hier beim Delpero Pier. Da, wo die Yacht normalerweise auch zu finden ist, im Story-Modus, also rechts vom Delpero Pier, ja. Da, wo er mit Michael hinschwimmt und seine Tochter Tracy rettet, dann mit Jetskis Aperut. Ja, hier hat das, der Modder eben die Yacht eingefügt. Und ich habe es gelesen auf dem Twitter-Account von FunMW2, dem Modder, den ihr sicherlich, oder den die meisten wahrscheinlich kennen. Der hatte damit mal schon mal einen Test gemacht, ob die Yacht spawnt, ob die Yacht im Online-Modus spawnt und das klappt halt. Also die Yacht ist halt schon ein Teil von GTA... Alter, na das klappt natürlich nicht, das ist ziemlich sinnfrei, weil, genau, wir sind ja Feinde praktisch. Ich muss mal einen eigenen Helikopter schnappen. Ja, er lacht gerade. Anyways, ja. So, ich schnapp hier, ihr schnappt euch hier den Helikopter. Das ist hier der Capture, der Anfang vom Capture. Es geht halt nicht um das Capture hier. Ihr braucht hier nicht irgendwelche Taschensammlung, eine Scheiße, ja. Ihr fliegt gleich zur Küste mit den Helis. Nämlich, da liegt die Yacht. So, wie spät haben wir es hier? Ist 539, das passt, das ist das Hotel. Ihr seht ihr schon, da hinten im Horizont. Sie schält sich aus dem Nebel. Sie liegt hier vor Anker. Ja, ja. Ja, jedenfalls der Modder von Amt W2, der hat es auf seinem Twitter-Account gepostet hat. Hier, ja, Carlos für DHD hat die Mission gemacht. Da findet ihr die Yacht auch im Online-Modus jetzt für PS4 und Xbox One. Normalerweise gibt es hier nur im Story-Modus. Ihr könnt euch euch schon mal komplett angucken. Ich fliege mal eben hier komplett drumherum. Die Yacht ist schon Teil vom, logischerweise ist schon Teil von GTA Online. Also, die wird nicht noch dazugefügt zum Überfall DLC. Die ist schon Teil, die wird nur noch sozusagen freigeschalten, ja, für den Online-Modus. Die wird nur in der Online-Mission zu finden sein. Die gibt es dann natürlich nicht im freien Modus. Da könnt ihr auch nichts mit machen. Ihr könnt nicht mit rumfahren. Ihr könnt euch hier nur angucken. Ja. Genauso wie der Flugzeugträger, aber der Flugzeugträger ist noch nicht, hat FunMW2 gesagt. Er hat einen Tester mitgemacht und er konnte es nicht spawnen lassen. Er konnte den Flugzeugträger nicht spawnen lassen. Also wird der Flugzeugträger noch hinzugefügt werden, wenn denn das Überfall, das Banküberfall DLC dann erscheint. Aber die Yacht ist halt schon ein Asset im Spiel oder halt ein Bestandteil vom Spiel. Von daher konnte er die ja spawnen und von daher könnt ihr die euch hier auch schon schön angucken. Obwohl die Überfälle noch nicht draußen sind, ja. Und Dizzy, hi Dizzy, coole Sache. Der steht hier schon mal. Der ist schon mal auf dem Dach und der schaut sie sich an. Und der passt halt ein bisschen auf. Wenn ihr hier unten seid, ihr könnt dann halt nicht hier hochklettern, ne. Da müsst ihr halt schauen, dass ihr den Heli so parkt, dass ihr dann noch ein bisschen weiter hochfliegen könnt. Ja, das ist hier das Deck. Und die habt ihr halt schon gesehen im Banküberfall Trailer, im Heist Trailer. Da kommen die hier mit den Sturmmasken und ballern die Typen nieder, die ja die Yacht besitzen. Irgendwie die Typen hier schon auf der Yacht sind. Ja, und klauen irgendwas. Ich weiß nicht, wahrscheinlich Geld. Ich weiß nicht, was genau die da klauen. Das ist das Riesenteil, ja. Das ist die Dignity aus dem Story-Mode. Das ist echt verdammt groß, ja. Ich hab's ja ein bisschen kleiner eigentlich in Erinnerung. Aber es ist wirklich doch verdammt groß, das Ding. Hammergeil. Ich pack mal eben hier oben drauf. So, und, ähm, halte sie. Ja, Hammer-Moin. Feinste Sonne. Feinste Sonnenaufgang in Los Santos. Passt echt geil. Super, ja. Schauen wir mal vorne. Wie heißt das Vorderteil? Das hat doch in der Boots-Semanns-Sprache... Das Do... Wie heißt das? Ne, nicht Dock. Er sagt gerade Dock. Nein. Es gibt Bug und Hack. Das ist, glaub ich, Bug. Das müsste das Bug sein, oder? Bug und Hack oder Backbord oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ja, hier ist, was ist die volle Seite von der Yacht. Kannst du es schön sehen. Türkisfarbene Kissen. Titanic. Wie, was? Titanic. Ja, genau. Warte, ich halte dich. Komm, ich halte dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich halte dich. Gibt's ne... Every night in my dreams, I see you, I feel you. Und er springt gleich mal runter. Kate Winslet hat's nicht geschafft, Mann. Leonardo DiCaprio konnte sie nicht festhalten. Egal. Titanic ist vorbei. Ähm. Ich schau mal eben. Das war hier das Vorderteil. So, ihr könnt's auch sehen. An diesen Sitzbezügen. Das sind dieselben wie aus dem Heist-Trailer. Also das heißt, es ist halt dieselbe Yacht. Einfach nur eine Online-Bus gebracht. Aber auch dann nachher Teil von den Überfällen. So, schauen wir mal eben noch aufs Heck. Gucken wir uns nochmal da kurz das Heck an. Und ich da fand ja dieser Überfall statt. Da sind ja mit den Sturmmasken draufgerusht. Hm. Wo hast du ein Radio? Du hast ein Radio gefunden. Moment. Äh. Ich muss mal eben mein Heli parken. Ich parken sicherheitshalber. Macht eigentlich keinen Sinn, was ich jetzt gerade gemacht habe. Aber ich parke mal eben den Heli. Hier kurz nochmal. Dann laufe ich gleich vor. Oh, zurück in dem Fall. So. Hier könnt ihr gleich runter. Da haben wir auch noch so eine Sitzecke. Was das sein soll? Ich weiß nicht. Ich meine, ich finde das halt geil, dass man die sich hier angucken kann. Im Story-Modus konntest du das nicht angucken. Du bist halt mit Michael hingeschwommen. Bist kurz hochgeklettert. Und dann kam auch schon die Sequenz. Ihr musstet abhauen mit Jetskis. Aber das alles konntet ihr gar nicht sehen. Ja. Hier dieses. Was ist das hier? Was liegt denn hier? Was soll das sein? Ist das Koks oder was? Ne. Keine Ahnung. Guck mal. Hier ist noch so ein altes Schiebehandy. Wie geil. Sektgläser, ein Aschenbecher. Hier werden auf jeden Fall geile Partys gefeiert. Wir wissen Bescheid. Und ich glaube, das ist hier so dieser Bar-Bereich. Hier gibt es Getränke. Und wir haben auch hier ein Telefon. Ein riesengroßes. So. Und das hier. Ne, hier geht es nicht weiter. Ja, das ist hier dieser Chill-Out-Bar-Bereich. Ein paar von diesen Strandsesseln. Großer Tisch. Ja, und hier waren ja, saßen ja die Typen rum. Die seine Pornoproduzent mit Tracy. Und diesen anderen Mädels. Oder war das hier unten weiter? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls ja, hier könnt ihr noch schauen. Und er sagt gerade, ja komm hier nicht runter. Sonst kommst du nicht wieder hoch. Genau. Wenn ihr jetzt hier runter geht, dann kommt ihr halt nicht wieder da hoch. Da oben hoch, wo ich gerade war. Also Vorsicht, ne. Das könnt ihr bedenken. Was soll das sein hier so? Was futtern die hier, alter? Kebabs oder so ein Scheiß? Ich weiß es nicht. Oder Sandwich-Ecken. Wo ist das Radio? Warte. Ach, da unten ist ein Radio, sagt er gerade. Okay, schauen wir mal. Ja, und hier ist halt ein Whirlpool. Es liegen noch irgendwelche Klamotten rum. Wahrscheinlich von irgendwelchen geilen Gangbang-Partys. Keine Ahnung. Ja. Im Whirlpool ist kein Wasser drin. Der Whirlpool funktioniert auch nicht. Wie der bei Franklin's Haus. Das wäre ziemlich nice, wenn er dann funktionieren würde. So. Und diese hier hat ein Radio entdeckt. Geht das? Hm. Ne. Geht nicht. Geht nicht. Auf jeden Fall coole Leistung von Carlos COD HD. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, er hat es aber auch nur hinbekommen, weil FunMW2 vorher diesen Code ausprobiert hat. diesen Code, um diese Yacht zu spawnen. Was soll ich hier machen? Auf dem Ball hier, oder was? Ja. Geht kaputt. Geht kaputt. Alles klar. Ja, FunMW2 hat es zuerst probiert. Und nachdem FunMW2 Zungenbrecher die Yacht gespawnt hatte. Wo er mitbekommen hatte, hey, das geht. Wo er alle Leute drauf aufmerksam gemacht hat. Hat sich Carlos COD wahrscheinlich gesagt, hey, coole Sache. Die Yacht werde ich in einen Capture einbauen. Dass Leute sie sich mal angucken können. Coole Sache. Ja, wenn ihr die gerne mal ausprobieren wollt. Wenn ihr das Capture gerne mal ausprobieren wollt. Schnappt euch auf jeden Fall noch einen Mitspieler. Weil, wie gesagt, zwei Spieler Capture. Und statt das fliegt hier raus. Und ja, schaut euch die Yacht an. Falls die Rockstar noch nicht gelöscht hat bis dahin. Also FunMW2 hat es am 25. gepostet. Ich glaube, das war auch der Zeitpunkt, wo Carlos COD HD die Mission veröffentlicht hat. Wenn mich nicht alles täuscht. Also ich glaube, ein paar Tage hält die noch. Und dann ist die auch wieder weg. Also, lasst euch nicht zu viel Zeit. Was sagst du? Verlinken? Ja, ich verlinke das. Ja, Link ist in der Videobeschreibung zum Social Club. Und wie gesagt, wenn es nicht gleich auftauchen sollte. Oben mal durchschalten. PS4, PS3 und so weiter. Auf PS4 oder Xbox One. Halt, dass ihr die habt dann für PS4 und Xbox One. Yo, das war's Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Gerhard Rein. Bis Densen.